Ich hätte für den Strachnestadt Wiener Bürgermeister die noch viel bessere Jobbidee. Da könnte er mit seiner Erfahrung sicher sofort anfangen. In der spanischen Hofreitschule als Ibizaner. Beratungs-Hotline für gescheiterte Politiker oder noch nicht gescheiterte Politiker oder nicht gescheiter Politiker und oder noch nicht gescheiterte nicht gescheiter Politiker. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Sie stellen dort eine Probe, aber es geht schon, ja. Aber Sie sind auch in einer Probe. Seien Sie Kabarettist? Sie sind Vorsitzender der Tiroler Sozialdemokratie. Wir haben ja gesagt, Kabarettist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, haben uns im Rahmen unserer Whisky-Reise auf der grünen Insel heute mit den irischen Grünen getroffen. War ein interessanter Austausch mit den beiden. Und die ÖVP und Schwarz? So abgesehen von der Tatsache, dass der Sebastian gerade türkisen Sensationshintergrund hat? Tja, das mit der Farbe Schwarz ist so. Die Farbe Schwarz ist verwendet worden, um die Partei in die Nähe von den ganzen kirchlichen und katholischen Hinzucken. Schwarz worden durch die Farbe der niedrigen Geistlichen. Und heutzutage sind viele Schwarze geistig niedliche. Schwarz auf-schwarz auf! So abgesehen von der Beste zu schwarz hohen. So abgesehen von der Beste von der Beste der Karte in den ganzen Kirchlichen. So abgesehen von der Karte in den ganzen Kirchlichen,